Herzlich willkommen zurück zu Dark Umbra Edition New Super Mario Bros. Wii. Ich hätte es vielleicht andersrum sagen sollen. Mal schauen. Bei den Hacks muss ich mir mal überlegen, wie rum ich das jetzt sage. Aber so steht es im Titel. Die Dark Umbra Edition New Super Mario Bros. So steht es. Und wir sind hier letztens von einem bösen Block verarscht worden. Oh, mein Bein verkrampft gerade. Oh, gut. Das ist ein bisschen komisch. Aber nein. Jetzt ist alles gut. Ich habe mein... Moment, genau. Hier war der Block, der mich böse überrascht hat, das letzte Mal. Aber diesmal kriegst du mich nicht. Aber dafür bestimmt einer deiner Kollegen. Bist du ein verfolgender Bullet Bill? Nein, bist du nicht. Gut, dann nutzen wir dich mal und kommen da rüber. Sehr schön. Gibt es hier noch irgendwo was? Hallo, Cooper. Hallo, mancher. Mancher. Aha. Da geht es also... Oh, da war ein P-Block. Ein Pau-Block. Nein. Oh, ich dachte, der geht mir jetzt flöten. Das war cool. Das ist auch eine geile Sache gewesen. Jetzt muss ich ja sagen. Geht es hier irgendwie weiter? Und ihr seht, er schwebt so schön. Ich hasse das. Ich meine, das schwebt... Geh weg. Nein, 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 nein. Geh weg. Oh Gott, wenn der mich hier trifft, ist es vorbei. Verdammt. Nein. Triff mich. Wie fies. Wieso ist der nicht gestorben von dem Pau-Block? Von dem Pau-Block. Egal. Gehen wir wieder rein. Ich mag den Hack. Der ist kreativ irgendwie. Hat mal neue Sachen. Also, was heißt neu, aber... Er ist durchdacht und nicht einfach nur fies und böse. Obwohl, das ist er auch wahrscheinlich. Also, die Level mit den Puzzle-Inhalten hier, die finde ich ganz interessant. Finde ich cool. Zumal es hier ganz viele Secrets gibt. Oh Gott, das war knapp. Nein, nein. Gut. Ich dachte, jetzt kommt ein Bullet Bill raus und trifft mich volle Kanne. So, dich brauche ich wieder, Koopa. Du warst praktisch. Eindeutig. Nein, 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 nein. Da kommt noch einer. Ja, und jetzt machen wir bitte alle tot. Dankeschön. So. Dass ich den Pilz verloren habe, ist egal. Ich werde ja eh klein. Was eigentlich genau das gleiche ist, wie klein sein. Nur, dass man noch kleiner ist. Weil hier braucht man auch nur einen Treffer. So, und jetzt kann ich hier in Ruhe den Pilz sammeln. Das ist schon mal sehr gut. So. Ah. Lass mich da rein. Raus. So. Hallo, Fledermaus. Kommst du runter? Nein? Okay. Jetzt kommt sie runter. Hallo, Ranke. Geh mal weg. Oder nicht. Genutzt. Nein. Komm doch her. Ach, Mist. So, lass mich da hoch. Und gib mir mal einen Power-Up. Einen Stern. Juhu. Attacke. Bestimmt ein Muncher-Run oder so. Nein, kein Muncher-Run. Oh. Und da gibt es einen Abgrund. Und der Stern hat mir voll nichts gebracht. Aber ist ja auch egal. Stopp. Den Koopa möchte ich haben. Und zwar so. Nein. Oh Gott. Ist hier irgendwo ein Power-Up drin? Nein. Warum dann so gut geschützt? Verarschen hier. Der Heck verarscht mich. Jetzt schon. So, was ist da oben? Da ist aber ein Power-Up. Ach, ein Stern. Cool. Sehr gut. Wir gehen mal nicht da lang. So, wir möchten da lang. Juhu. Haha. Da hat die Filter. Muss mich nicht online am Mower-Würfe. Ich mag Mower-Würfe nicht. Die sind mir immer viel zu schnell. Hallo, Bob-Omb. Ist da oben Power-Up? Nein. Kein. Power-Up. Schade. Dadadadadada. Juhu. So. Hallo, Pils. Komm her. Also. Ist hier irgendwie noch was? Nein. Gut. Ah. Wir sammeln den Pilz, um danach den Pilz wieder zu verlieren. Machen wir das nicht immer so? So. Hallo. Dreh-Ding. Puh. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Böses. Was ist das hier? Okay. Bestimmt habe ich mir jetzt wieder was versaut. Nee, doch nicht. Komm. Boah. Huh. Doink. Oh nein. Voll runter. Komm. Ha. So, da oben hättest du eine Münze gegeben. Okay. Oh, das ist gemein. Rollt der? Nein. Gut. Ich dachte, der rollt jetzt genau wie die große Kugel hier. Oh Gott. Wieso springst du nicht einfach? Wieso hörst du einfach auf zu springen? Das ist doch voll gemein. Oh, so ein Pilz wäre nicht verkehrt gewesen hier, Jungs. Ähm. Geht mal beide hoch. 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 Beide. Beide hoch. Beide. Beide hoch. Komm. Dann nicht. Dann gehe ich jetzt. Haha. Ziel. Ziel. Wuhu. De 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 de. Sehr schön. Und. Ach. Schloss kommt schon. Ich finde es schade, dass die Hacker die Overworld jetzt nicht wirklich verändern. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber... Mario, wir haben diesen Brief im Schluss erhalten. Ja. Nein. Ja. Gut. Ja. Goomba, erledige das bitte. Ja. Mach mal. Danke. Nein. Du bleibst schön, wo du bist. Wir gehen uns erst mal ein Item abstauben. Du de 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 de. Ach. Jetzt habe ich sie nicht getroffen. Wie traurig ist das denn? Hallo Stern. So. Lass mich hier raus. Du de 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 de. Komm. So. Ja. Es ist, äh, ja. Gut. Du de 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 de. Du de de de. Welt 1. Schloss. Aha. Sieht gut aus. Hübsch. Auf jeden Fall. Ein Schloss halt. So. Und jetzt könntest du bitte hochkommen. Oder das Ding nach, äh, ne? Rechts-Links schwenken. Ich habe eigentlich keine Rechts-Links-Schwäche, aber manchmal ist das doch vorhanden bei mir. Keine Ahnung warum. So. Lass mich Skill haben. Och, lass mich keinen Skill haben. Ist ja okay. So. Zack. Und da. Nein. Nichts drin. Okay. Nein. Doch. Gut. Gib mir. Nein. Ja, danke. Oh, ja. Verliere sie sofort wieder. Ist okay. Ey. Ach, Mann. Lass mich doch irgendwie hier mal... Lass mich mal irgendwas kriegen hier. So eine Plattform wäre ganz nett. So. Genau. Oh, ich dachte, der fällt jetzt runter. Ich dachte schon. Hallo. Nein. Dummheit. 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 Da bin ich mit ihm in den Abgrund gesprungen. Sehr gut. Komm mal her. So. Weil du... Aha. Hallo. Hallo Münze. Hallo Checkpoint. Hallo Leichterer Weg. Sehr schön. Das ist aber ein Standardschuss, glaube ich, oder? Kann das sein? Zumindest erscheint es mir so... Oh Gott. Standard. Oh, ich höre so ein... Genau. Gib mir mal so ein Propeller-Ding. Danke. So. Und aufpassen, weil... Ich weiß nicht, was hier oben so auf mich wartet. So. Was ist hier drin? Nichts. Gut. Und weiter geht's. Wuuu. Ah. Weiter. Hopp, hopp. Hallo Rote Ring. Das ist Standard, oder? Also es kommt mir sehr bekannt vor. Wahrscheinlich nur leicht verändert. Mal wieder. Was kriege ich denn hier? Feuerblume ist praktischer. Nehmen wir mit. Ist hier noch ein... Leben. Wuuu. Nehmen wir natürlich auch mit. Bin mal gespannt, ob hier die Bosse erschwert wurden. Mit Lava oder so. Mal schauen. Ne, nicht wirklich. Schade. Ach, schade. Nicht getroffen. Ihr braucht sechs Treffer mit der Feuerblume, bis ihr mal irgendwie eine Reaktion zeigt. Das ist hart. Aber kann man... Kann man machen. Muss man aber nicht. So, jetzt gehen wir hier hin. So, mittlerweile dürftet ihr ja kein Problem mehr sein. Zumindest du nicht. Du bist doch einfach. Da-da. Ja, komm. Die Sequenz kennen wir alles. Ich möchte Level spielen. Los. Ja. Gut. Level, äh... 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 4. Ist das 4? 4 müsste das sein, oder? Ist das 1, 4? Speichern. Ja, bitte. Danke. So, äh... 1, 4. Ja. Okay, gehen wir noch rein. Was? Oh, ich dachte schon. Gibt's hier irgendwie was? Nö, aber... Geile Idee. In der Höhle? Oder wo kommen wir jetzt hin? Was zur Hölle? Oh, ist das schön hier. Was ist denn das hier für ein Level? Äh... Gehen wir mal in die rechte Tür. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Was? Was ist das? Was ist das hier? Kann ich mit euch reden? Äh... Bowser-Tür? Pinguin? Ich geh mal in die Bob-Omb-Tür. Was ist denn das, ey? Hallo? Was zur Hölle? Was bist du denn? Aha. Oh, der ist ja geil. Der ist cool. Ähm... Konnte ich mir jetzt in dem Sinne die Gegner aussuchen, die hier rumrennen? Also, mehr Bob-Obs oder was? Fände ich eine coole Idee. So, lass mich mal hier. Danke. Gib mir ein Leben. Explodiere! Äh... Nimm deinen Kollegen mit. Danke. Ähm... Nette Idee auf jeden Fall. Oh, hi. Gott. Aber ich glaube, gleich ist das Ziel schon wieder... erreicht. Ah, nein, 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 nein! Puh, was zur Hölle war das denn? Ich konnte nicht mehr bremsen. Oh, hi. Hi. Gott. Ha. Ha. Hi. Nein, 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 nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Hallo, Tür. Muss ich jetzt erst in die nächste rein, oder was? Okay. Was ist, wenn ich jetzt direkt in die Bowser-Tür reingehe? Mach keinen Mist, bitte. Äh... 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 Häh! Hallo, Feuer! Ähm... Was? Was geht hier? Der Heck verwirrt mich. Ähm... Ich glaube, ich muss hier hoch. Hallo, Feuer. Hallöchen. Hallo, Gumba. So, was ist das hier? Bewegt sich das hier noch? Ähm... Okay. Okay. Ich bin... Verwirrt. Was geht hier ab? Was zur Hölle? Boah, wie der Hintergrund mich verarscht. Jetzt weiß ich nicht, kann ich da drauf oder nicht, ey? Gut. Boah. Okay, da muss ich drauf. Und da könnte ich schon wieder draufstehen. Oh, wie der mich verarscht, der Hintergrund. Und hier kann ich bestimmt auch irgendwo nicht drauf. Äh, lass mich hier rein. Da ist das Ziel. Okay. Das war ein komisches Level. Ähm... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm... Cool? Ich weiß nicht. War komisch. Total merkwürdig eigentlich. Lass mich mal das Pilz ausholen. Wir machen jetzt die Goombas hier platt. Oder den Goomba da. Und, äh... Kann ja trotzdem Hammerbruder erscheinen. Ne, Goombas. Okay. Auch mit Tod sammeln. Dann ist das ja easy. So. Gib mir Pilz. Danke. So, und dann... Gehen wir mal ins Pilzhaus. Und danach werde ich den Part beenden. Woooo. Ja, eigentlich nicht woohoo. Ihr freut euch ja bestimmt nicht darüber. Ja, hinter der Tür gibt es was zu gewinnen. Wenn ich mal was gewinnen würde bei dem Spiel. Also so mal ordentlich abräumen. So, dass ich alles kriege. Das wäre schön. Ich gehe jetzt in die erste Reihe. Weil die erste Reihe... Seht ihr? Das ist immer eine gute Reihe eigentlich. Nur wahrscheinlich... Wow. Nur wahrscheinlich jetzt nicht. Weil ich in der ersten Reihe bin. Aber... Geht. Ja, drei Blumen. Und ein Bowser. Ja, gut. Aber drei Blumen? Wow. Na, der erste und die letzte Reihe waren ganz gut. Aber, naja. Was will man machen? Ja, gut. Dann gehen wir jetzt schon mal... Hier oben auf den Pilz. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin.